Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind wieder mal auf der neuen Mini-Brunn auf unserer wunderschönen Alpen-Map und stehen beim Händler. Denn vor uns der Waltra. Ja, er muss gehen. Nach knapp 20 Arbeitsstunden wird es Zeit, dass wir uns von ihm verabschieden. Denn ich habe nämlich ein neues schönes Gefährt im Gebrauchshop gefunden und ich glaube, das ist ein sehr guter und adäquater Ersatz. Zumal dann auch diese Marke wir noch nicht auf der Map, glaube ich, als solches haben. Wir springen mal rüber, denn ich habe hier schon einiges vorbereitet. Ich habe hier schon die entsprechenden Gerätschaften, den Anhänger hier, den Cargos 750 mit unserem Xerion. Und das wird so eine richtige kleine Glasgeschichte mit unserem Jaguar. Und hier steht der Neuzugang der 7.250R oder 7R250, je nachdem, wie man das Ganze dann letztendlich dann auch aussprechen möchte. Ich habe ihn gleich gepimpt auf 290 PS. Gewicht ist auch dran. Ich meine, er hat nicht allzu viele Action oder Extras, aber für uns tut er es auf jeden Fall. Denn mit 290 PS sind wir gut hier unterwegs und ein Johnny hat uns eigentlich hier noch ein bisschen gefehlt. Und deswegen wird es auch Zeit, dass wir hier mal uns wieder mal von einer Maschine verabschieden, bevor wir jetzt in den Grasschnitt oder ins Häckseln gehen. So, der Kollege 18,7 Stunden mit dem Gewicht zusammen. Naja, gut, ich hätte ihn vielleicht noch putzen können, aber das soll dann der Händler machen, wenn er ihn verkaufen will. So, also was bringt er uns? 114.000, das ist ordentlich. Den hauen wir raus, beziehungsweise mit dem Gewicht 757.000. Also raus damit und dann haben wir knapp 115.000 und für das haben wir im Prinzip auch den John Deere bekommen. Somit sind wir wieder bei 421.000, also wir müssen uns um Geld wirklich keine Sorgen machen. Freunde, es geht los. Wir werden die Kollegen da hochschicken. Ja, wir machen das aber anders. Wir schauen mal, ob der Johnny und der Xerion das schaffen. So, jetzt müssen wir aber, glaube ich, einmal, lass mich mal kurz schauen. Jetzt müssen wir aber, glaube ich, einmal, ja, der hat einen Drehschemel. Klar, wusste ich es. Also, dann fahren wir hier einmal rum. Schauen wir mal, ob der Helfer das dann hinbekommt. Den hoch aufs Feld zu bringen. Eigentlich sollten wir jetzt am besten wieder den Verkehr ausschalten, aber wir versuchen es einfach. Und dann wollen wir Gras häxseln. Ich habe dann da auch schon wieder ein bisschen was vorbereitet. Oben steht bereits unser Spezialanhänger. So, wie machen wir denn das? Ja, ich würde jetzt tatsächlich sagen, sicherheitshalber, nehmen wir mal den Verkehr raus, sonst stört der nur. So, jetzt schauen wir mal, wo bringen wir den hin? Also, hier müsste er es doch schaffen. Okay, er legt los. Sehr schön. Der Xerion als nächstes. Uh, wir haben so viele Maschinen und so viele Geräte. Ich habe mir hier nur den kleinen Cargos geholt. Mit, glaube ich, knapp 42.500 Litern. Denn ich denke, der Dreiachser, der ist dann doch wieder in der Nummer zu groß, weil wir müssen ja irgendwie auch hier rumkommen. So, auch hier versuchen wir unser Glück. Ab die Post. Und dann springen wir in den Jaguar. Machen die Unumkernleuchten an. So, mit diesem Raupenantrieb, beziehungsweise diese Terra-Track-Version, die kommt so langsam nur in die Gänge. Aber ist okay. 41 kmh, dann schauen wir mal, ob wir dranbleiben können bei den Kollegen. Ich kann jetzt hier einfach mal durchfahren, denn, wie gesagt, wir gehen mal davon aus, dass es jetzt keinen Verkehr, keinen Straßenverkehr mehr gibt. Und das wäre doch eine coole, coole Geschichte. Da vorne der Xerion. Und man sieht schon, der kämpft sich hier hoch, ne? Der kämpft sich hier hoch. Also, das ist jetzt kein Hochschießen. Ja, den Kollegen haben wir gleich eingeholt. So, die Frage, woran liegt es? Es liegt ja vermutlich nicht am Johnny, oder? Der Johnny ist weiter weg. Ja, klar. Aber cool, jetzt haben wir hier ein richtig schönes, kleines Gespann. Boah. Das fände ich jetzt schon interessant, dass der Kollege ja so Probleme hat, hier den Berg hochzukommen. Ja, okay, da ist eine Einfahrt. Deswegen hat er jetzt, glaube ich, ein bisschen gebremst. So, der Johnny, der wird bestimmt schon unten stehen. Ja, da unten steht er. Ich meine, den haben wir jetzt nur benutzt, um eben das Schneidwerk hochzubringen. Weil wir haben ja noch einen weiteren Traktor hier oben stehen. So, der Wettbeck blockiert. Das ist mir klar. Das verstehe ich. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie machen wir das jetzt am Geschicktesten? Boah. Sehr schön. Da könnte man ja schnell noch ein Thumbnail aufnehmen. So, Dille. Mit dem neuen 700... Ja, 7. 7R oder R7. Wie wird der ausgesprochen? Augenblick mal. Doch, 7250R, ne? Okay. So, dann machen wir erstmal noch ein Thumbnail. Sehr schön. Bisschen noch ran. Okay. Zack. Dankeschön. Dann bringen wir den erstmal in Position. So, von wo müssen wir ran? Von links. So, da unten steht er schon. Der Anhänger, der uns hoffentlich helfen wird, hier zügig das Ganze abzuarbeiten. Da bin ich mal gespannt. So, da können wir erstmal alles hier vor dem Feld parken. Und das hier rechte gehört ja uns, das linke noch nicht. Noch nicht, ich betone noch nicht. So, äh, genau. Den können wir eigentlich erstmal schon mal wegschicken. Den brauchen wir jetzt im Moment nicht. Den stellen wir mal hier hin. So, dann haben wir den Glas. Der Xerion, der geht in Warteposition, weil der soll ja uns beim Abtanken helfen. Die Idee ist ja eben diese, dass wenn wir hier ranfahren zum Abtanken, dass das hoffentlich funktioniert. So, jetzt muss ich nur schauen, wie machen wir das am Schickteste? Am Schickteste, dass wir dann auch rankommen. Denn wir haben hier Fruchtzerstörung, auch im Gras. So, äh, hinten raus bitte. Und jetzt spurten wir mal zum Jaguar. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das alles so klappt, wie ich mir das gedacht habe. Jetzt ist es ja so, der Jaguar hat, den habe ich auch erstmal in der Standardkonfiguration. Ich glaube, so mit knapp 660 PS. Den könnte man natürlich auch noch ein bisschen hochziehen. Auf etwas mehr als 900, wenn ich richtig weiß. Naja, wenn der erstmal ins Rollen kommt, dann fährt er richtig schmeidig. So. Mit dem Schneidwerk 5 Meter Arbeitsbreite, da können wir so ziemlich alles. Da könnten wir auch dann Ackergras, so ist jedenfalls die Idee. Da werden wir dann auch Ackergras bearbeiten. So, mal das Ohr ausfahren. Wir können mal die Lämpchen wieder ausschalten. Und jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, beziehungsweise die Idee ist da ja dieser Anhänger. Eine Plane hat, können wir natürlich darüber auch steuern im Zweifel. Wo er, wie er und was er dann häckselt oder wo er es hin häckselt. So, das Gerät ist mit Siliermittel aufgefüllt, 20 Liter. Also sind wir sozusagen startbereit, um hier in die Grashäckselaktion zu gehen. Okay. Dann schauen wir mal. Müssen wir da noch irgendwas aufklappen oder irgendwas tun? Ernte mal die Schiene einschalten. Rohr einfahren. Abdeckung öffnen. Das will ich jetzt eigentlich nicht. Theoretisch müsste es eigentlich losgehen. Oho, aha. Er senkt. Aber losfahren tut er noch nicht, weil er nichts findet, wo er hier einwerfen soll. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das so klappt. Jetzt müsste er ja eigentlich, genau, sehr schön. Okay. Ja, wir haben ein kleines Problem, weil wir fangen praktisch auf der falschen Seite an. Hm. Dann machen wir das erst anders. Äh, Sublime. Dann machen wir jetzt folgendes. Ähm. Die Plane weg. Ah, das geht jetzt nicht. Dann machen wir mal die Plane weg. Und dann schicken wir ihn los. Okay. 15 kmh. So, nochmal die Hilfe ausschalten. Dann machen wir noch ein schöner Thumbnail mit den Bergen im Hintergrund. Hervorragend. Okay. Also jetzt lassen wir ihn erst einmal wenden. Wobei ich bin jetzt schon... Ah, ich wusste es. Ich wusste es. Okay. Wir machen dann von hier selber. Aber schon interessant, wie er langsam, ganz langsam das Schneidwerk herablässt. Und ich glaube, wir haben... Nee, doch, wir haben geschnitten. Sehr schön. Und jetzt bin ich mal gespannt... Ob er... mit dem Anhänger auch sauber wendet. Oha. Oha. Ja, gut. Das ist jetzt eine ziemlich wilde Nummer. Das gebe ich zu. Ja, schon interessant. Wie er ganz langsam das Schneidwerk herabsenkt. So, ich denke, jetzt lässt er ein Streifen stehen. Dann übernehmen wir mal... 7800 Liter. Ja. So, wir sind übrigens im April und das heißt eben, wir haben sowieso jede Menge Grasschnitt. Wir haben da noch unsere Bergwiese. Auch da muss geschnitten werden. Auch da müssen wir in den Grasschnitt gehen. Und dann haben wir noch auf der anderen Seite vom Tal unsere Wiese. Da bin ich am überlegen, ob wir dann auch hier mit ihm hier rüber gehen und häckseln. Wir brauchen auf jeden Fall Gras. Heu haben wir eigentlich jede Menge. Aber wir brauchen für unsere Schafe noch zwei, drei, vier oder fünf Ballen Gras. Und das würde ich auf jeden Fall drüben machen, auf unserem Alpen bzw. dem Berghof. Und hier drüben, auf der Seite, da würde es sich eventuell anbieten, auch hier mit dem Glas zu arbeiten, da wir ja da auch ein sehr schön rechteckiges Feld im Prinzip haben. So, ich spring mal hier raus. Denn jetzt sollte es doch hoffentlich so funktionieren. Dass er zwar jetzt nochmal wendet, aber ich bin nochmal gespannt, ob er dann automatisch wechselt. So, die Wende müsste er jetzt sauber hinbekommen. Okay, das funktioniert soweit mit dem Anhänger. Ich hoffe, dass er jetzt nicht groß rückwärts fahren muss. Und die Frage wird sein, geht er automatisch rüber auf den anderen Anhänger oder muss ich dann doch wieder die Plane rüberziehen? Naja, das dachte ich mir, er nimmt sich natürlich im Prinzip das Einfachste, ne? Ne, das macht er nicht. Okay. So, dann müssen wir hier. Stopp. Und dann machen wir hier die Plane zu. Und dann starten wir ihn wieder. Und dann fahren wir mit dem Xerion neben, ne, mit dem, genau, mit dem Xerion nebendran. Und dann müsste es eigentlich wieder weitergehen. Und, äh, stopp mal. Wir machen jetzt folgendes. Was hatten wir? Ich glaube, 15 kmh. Da machen wir den Tempomaten rein. Ja, supi, das passt, das klappt. Okay. Also, jetzt haben wir ungefähr auf der Bahn 8.000 bis 10.000 Liter. Das heißt, wir fahren definitiv vier bis viereinhalb Bahnen. Und wenn der voll ist, dann können wir auf jeden Fall mit dem Kollegen dann abfahren. Und der Klaas, der Jaguar kann dann weiterarbeiten mit dem Spezialanhänger von Oma Tanner. Und den entsprechend auffüllen in der Zwischenzeit. Und so steht das Gerät dann nicht scheppst herum. So, jetzt schauen wir mal, wie er da vorne wendet. So, das Interessante ist, dass ich eigentlich ja ein sehr extra das lange Rohr genommen habe. Und trotzdem... Okay. Okay. Und trotzdem muss man doch relativ dicht ran. Doch, es geht's. So. So. Sehr schön. Wunderbar. Klaas Cargos, Klaas Xerion, Klaas Jaguar hier unterwegs. Und die gelben Felgen von dem John Deere, die sieht man also wirklich sehr, sehr weit. Sehr schön. Okay, 30 Prozent. Also da können wir auf jeden Fall noch zwei, drei Bahnen fahren, bevor wir hier abfahren. Und das Ganze bringen wir dann wieder ans Fermenter Silo. Wir müssten eigentlich auch dann ins andere Silo am Berghof. Da müssten wir eigentlich dann auch noch Material einwerfen. Aber wie gesagt, da haben wir ja eine eigene große Wiese, wo wir dann später mit dem Fendt und den Pöttinger Mähwerken dann unterwegs sein werden. Und den Glas, den sehe ich halt eher in den Flachen. Und dann haben wir ja auch zwei, drei, na zwei Äcker mit Ackergras. Da werden wir dann, denke ich, auch einmal mit dem Glas hier drüber gehen und Ackergras häckseln. So. Dann müssen wir hier wieder wenden. Ja, und ich denke mir halt, mit dem Dreiachser wäre das alles nochmal ein bisschen komplizierter. So, er senkt wieder ganz, ganz langsam das Schneidwerk ab. So, ich denke mir halt, dass ich jetzt hier drüber gehen würde. Sehr schön. Wunderbar. Wir sind bei 52. Und wir sind hier unterwegs in dem Pserion in der Ansgar-Edition. Ja, mit dem John Deere haben wir jetzt auch einen weiteren Großtraktor hier auf der Map. Wenn ich daran denke, dass wir mal am Anfang gesagt haben, okay, das ist eher eine Map für kleinere und mittlere Maschinen, dann muss man sagen, okay, ich revidiere mich. Es gibt mittlerweile hier schon Optionen, auch im großen, großen Stil hier zu arbeiten. Okay, wir lassen ihn noch einmal wenden und dann werden wir hier mal abfahren. Ja, man sieht hier wunderschön die Fruchtzerstörung auch im Gras am Rand, hier am Feldrand. Ja, man sieht hier wunderschön aus. Okay. Ja, so haben wir wie es uns auch ein bisschen was getan, ein bisschen hier selbst abgefahren. Aber wir können oder wir müssen dann eben nicht warten, bis wir wieder zurück sind, sondern wir können dann hier den Glas dann weiterlaufen lassen mit dem Spezial-Einhänger von Oma Tanner. Und das finde ich also auf jeden Fall, glaube ich, ein ganz guter Kompromiss. Wir tun auf der einen Seite trotzdem hier ein bisschen Abfahrer spielen, aber wir können dann trotzdem auch weiter arbeiten lassen, während wir das Material ins Silo bringen. Denn 7.41 Uhr auf der Uhr. Wir haben noch viel, viel zu tun. Wir müssen auf jeden Fall auch noch zwei, drei Maisfelder ansäen. Also wir haben noch Felder zu bestellen. So, dele. Wir werden jetzt Folgendes machen. Wir springen wieder rüber. Ja. Ja, in unseren Glas. Jaguar 960 Terratrack. Und dann soll er hier mal fröh, 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 frisch, fröh, fröhlich weiter hier arbeiten. So, Stopp. Wir machen hinten auf. So, und los geht's. Und dann lassen wir den Helfer hier arbeiten. Wunderbar. Und mit Imsen hier fahren wir jetzt zum Hof. Und bringen das Ganze jetzt ins Silo. Und in der Zwischenzeit kann er hier weiterarbeiten. Sehr schön. Ja, der Anhänger ist ja speziell nur für Gras, Silage und all die Dinge. Also, soviel ich weiß, können wir da ja nicht Getreide und Ähnliches reinwerfen. Also, es ist eine Spezialgeschichte. Habe ich aber jetzt gekauft. Genauso wie auch die Anbauteile für den Jaguar. Die sind alle gekauft. Also, da werden wir dann auch zukünftig häufiger so arbeiten. Achso, wir haben ja den Verkehr ausgeschaltet. Stimmt ja. Ja, der müht sich schon mit 420 PS. Das merkt man schon, dass der nicht ganz locker hier die PS auf die Straße bringt. So, und da sind wir auch schon wieder am Hof. Und dann wieder einmal im Rondell gefahren. Und das Material ins Silo zum Fermentieren, damit wir Silage bekommen. Und dann machen wir auch noch schnell ein Thumbnail. Ja, machen wir so. Wunderbar. Mit dem Klaas Xerion 4200. Und ich darf mich recht herzlich bei euch bedanken. Wir werden jetzt hier noch weitermachen. Natürlich das Feld ready machen. Anschließend, dann wird darauf Mais ausgesät. Denn wir wollen ja auf dem Feld hier dann ganz groß häckseln im Herbst. Und da freue ich mich auch schon drauf. So, das soll es wie gesagt für die Folge gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und abschiede mich wie immer mit Tschüss, Ciao, Cheerio. Euer Baden-Fahrer.